hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge von überdorf tanks und wir gucken uns jetzt mal ganz kurz an wie teuer ist eigentlich der zwölf t der zwölf t der frau wo haben wir denn der zwölf t eine mission eine frage ich die was für mein vater bei den panzer haben will oder nicht machen wir mal go also jetzt als jagdpanzer muss ich sagen habe ich ziemlich gerne gewonnen den panzer aber das problem ist extrem schnell da und es ist nämlich geschehen egal dann müssen wir uns ein bisschen besser hin positionieren mal gucken was war da so reißt okay dann mal ganz toll legen wo können wir langfahren wo lang waren wir fahren so und wir fahren mit dem elc amx durch die gegen das macht super spaß und fahren weiter kein raum ein bisschen so scheiße er will dann aber immer schneller nach finde ich für gut da kann ich nicht entschießen schade hallo da fahren ja die ganzen dicken geschütze vorbei da fahren ja die ganzen dicken geschütze vorbei ne das ist mir zu riskant es ist ein bisschen rischi i don't want to die mit is shit es ist mir zu Uiuiui, was ein Frontenkrieg hier gerade. Alter. Da ging voll durch ihre Panzer rum. Zum Glück. Ihr blockiert euch nur alle gegenseitig. So. Warten wir mal ganz kurz hier und chillen mal ein bisschen. Lassen wir die Achte das machen. Oh, 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 oh. Nicht einen quetschen. Ja, schieb mich weg. Weißt du, dann kann ich ja gar nicht mehr zielen. Arsch. Wirkungsstreife. So. Nicht zu mir. Ausgezeichnet. Mit IS-3 können wir uns holen. Der ging nicht durch. Ich dachte jetzt gerade, ich hätte ihn zerschossen. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich hätte ihn getroffen. Aber nein, der ging nicht durch. Wir werden sterben. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Der hat viel zu schnell in der Nacht. Ich hätte keine Chance gegeben. Was? Darum würde er mich irgendwie natzen. Wo kam der her? Bitte? Bitte? Okay. Das gucken wir mich jetzt immer noch eben an. Muss ja auch manchmal mal sein. Sehr schön. Was ist das für eine langsame Knutschkugel? Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ja, sehr gut. Ja. Lass dich ruhig ausnutzen. Hast du recht. Oh, das war jetzt natürlich schlecht. Für dich. Der bringt dich um. Oder hast du Glück? Nee. Ärgerlich. Okay. Mein Panzer. Der hat ja keinen Sinn. Wo ist der denn sich denn hingestellt? Der da? Ach komm. Hören wir auf hier. Hat ja keinen Sinn. Egal. Dann danke schön fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerade vorst利用. Bered. Bei mir. An. encourages. Däub brain. glaze an.